herzlich willkommen hier zurück auf dem die reference kanal in dieser folge geht es mal nicht um eine weste chestrick oder ähnliches sondern um einen helm in meiner sammlung befinden sich auch ein paar helme ich bin jetzt nicht der krasse helmsammler aber es gibt so ein paar stücke die ich für ein kit haben wollte oder die mir persönlich gut gefallen haben und dazu gehört auch dieses stück hergestellt von der firma rbr also rbr armor limited eine britische firma oder damals noch britische firma über die ursprungsfirma an sich kann man fast gar nichts mehr herausfinden damals natürlich noch keine internetseite oder sonst irgendwas vorhanden die sind irgendwann aufgekauft worden oder haben noch mal eine andere firma dazu gekauft sind zu einer in corporate geworden mit teilen in amerika etc noch mal von einer anderen firma aufgekauft irgendwann mit in safari land aufgegangen von daher haben wir da nicht so viel background informationen aber dieses hier ist der ballistic combat helmet protection class es vor also schutzklasse s4 schutzklasse s4 habe ich leider nichts darüber gefunden was die mal beschrieben hat ich gehe jetzt einfach mal von aus ganz normaler kevlar helm der anfang der 90er hergestellt wurde also vergleichbar mit dem dienstlich gelieferten paskat helm der amerikaner umgangssprachlich fritz genannt nur eben etwas nicht modernisiert aber umgeschnitten vom kat einfach her ja was hatten wir damals für eine zeit wie schon gesagt der fritz helm war in benutzung aber für spezialkräfte zum teil nicht geeignet was das anbringen von zusatzequipment so wie 80 geräten den mount also den halterung dafür und so weiter anging weshalb man oder das programm was wir auch schon aus den anderen folgen kennen sich gedanken machen musste für einen neuen helm und zwar war denn in diesem programm irgendwann der mich also mich wie auch immer genannt helm entstanden der ende der 90er jahre anfang 2000 aber primär eingeführt würde davor hatte man halt nur den fritz helm und bei den spezialkräften oftmals irgendwelche kunststoff helme ob full cut wie hier oder half cut mag der ein oder andere kennen von diesen blackhawk down geschichten somalia wo man das sieht in panama haben auch die delta force so kunststoff helme getragen das war damals so ein gängiges ding da konnte man alles dran anschrauben headsets an der seite darunter tragen und 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 da brauchte man eine zwischenlösung bis es den neuen helm für die spezialkräfte gab und hat dann als zwischenlösung das modell von rbr umgangssprachlich einfach nur s4 helm genannt eingekauft eigentlich ist der vom schnitt her wie der passkart helm aber bestimmte bereiche sind gekürzt die gerade der stirnbereich hier am ohrbereich man sieht die andeutung von der ausbuchtung und im nacken ist der ganze helm kürzer geschnitten vom design her und lässt so das tragen verschiedener headsets zu das anbringen von mounts die gerade von dem pvs ich blende es ein ich habe es gerade nicht im kopf wie das modell hieß das war wohl weniger kompatibel mit diesem langen vorsprung hier vom passkart helm was hiermit aber wieder gut funktioniert hat und der höhere schnitt gerade im hinteren bereich hat es ermöglicht mit schutzweste was damals noch nicht der standard war also auch nur richtig ballistische schutzweste mit platten im liegen den kopf nach hinten bewegen zu können um nach vorne beobachten zu können oder liegen schießen zu können da gab es wo auch mal probleme und deswegen wurde als zwischenlösung gerade für spezialeinheiten dieser helm eingeführt wer hat diesen helm genutzt vorher also bevor der bei der army eingeführt wurde quasi also 1994 wurden da die ersten stücke gekauft die sind gelandet bei den navy seals premier delta force ansonsten sieht man das gute stück vereinzelt auch mit einem normalen green beret einhalten und ab und zu dann auch nochmal beim fsoc einheiten also vom air force special operation command alles was darunter gestellt ist das nachfolgemodell f6 davon habe ich auch eins hier das machen wir mal in einem anderen video aber ich möchte da schon mal dazu sagen fand noch viel größere verbreitung im amerikanischen militär als das s4 modell dann gucken uns den helm einmal im detail an hier nochmal im schnitt zu sehen markant bei dem alten s4 modell der die grüne beriemung wir haben hier noch mal so eine schale wo das kinn reinkommt damit der helm gut sitzt kennt der eine oder andere vielleicht auch vom springer helm der bundeswehr wobei sich das system ja auch gerade geändert hat und es ist eine drei punkt aufnahme hinten einmal die verschraubung und hier vorne und das innenteil hatte noch mal weitere verschraubung punkte damit das ganze gut sitzt wir haben im inneren ein helmen band das läuft hier einmal im in helm rum und lässt sich hier über klett enger stellen und dahinter haben wir das label und die steht auch noch mal rbr armor limited ballistic combat helmet protection level s4 und das ganze datiert 1994 das jahr in dem dieser helm eingeführt wurde hier vorne ist noch ein polster das ist auch noch mal mit klett befestigt und lässt sich rausnehmen zum reinigen und im innen haben wir hier noch die helmspinne also der ganze kinnriemen mit dem druckknopf helm spinne damit der kopf gut sitzt und hier im inneren ist alles schön weich damit der helm den kopf gut schützen kann auch bei erschütterung dann bedanke ich mich wieder einmal fürs zusehen macht gerne diese youtube dinge wer noch irgendwas besonders sehen will in dem video schreibt in die kommentare oder lasst allgemein gerne im kommentar da und dann sehen wir uns im nächsten video bis zum nächsten mal